Moin Moin aus Port Canaveral. An Bord von Aida Luna wird Stefan Marquardt heute Abend das Rossini rocken. Um seinen 120 Gästen die kulinarischen Erlebnisse auf den Teller zu bringen, hat er schon gestern angefangen zu kochen. Wir sind in der Main Galley von Aida Luna und schauen Stefan Marquardt bei der Produktion für sein Rossini-Menü einmal über die Schulter. Im Moment schaut es so aus, die Tendenz geht dahin, dass wir ein Carpaccio machen, irgendwie mit Melone. Wir gehen jetzt ins Rossini und freuen uns drauf, von Stefan Marquardt verkocht zu machen. Ich finde, wir waren heute Dream Team, wurden natürlich unterstützt vom Küchen-Team hier, was normalerweise eben Rossini arbeitet. Ich hoffe, die Gäste waren ganz glücklich, wir haben ein ganz gutes Gefühl. Es war einfach nur eine Geschmacksexplosion und das Dessert war für mich die Krönung. Und was gibt es zum Essen? Unser alter, wilder Team-Teller. Wir haben ein wunderschönes Carpaccio mit selbstgemachten Kaviar auf einer gedörrten Melone, dazu eine Pieneschmelze und eine Zwiebelmayonnaise.